ja hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge the hunter call of the wild mit dabei heute der wugtry gaming moin moin hallo und mit dabei der luci hat seinen bogen schon rausgeholt so wir sind jetzt hier an dem zelt gestartet ich mache noch mal die karte auf damit ihr seht wo wir sind wir sind hier im bohendorf ja und hier oben habe ich auch schon mein zelt aufgestellt ja den bots hast du noch irgendwas so ja heute wollen wir auf jeden fall mal auf rothirsch gehen genau die wir seht haben sind die zelte ja hier genau und ja der underwater frank hat jeder zelt am see direkt gesetzt genau und hier oben habe ich wie gesagt mein mein tarnzeit da können wir mal richtung tarnzelt gehen genau und wir hatten hier schon eine menge spulen gefunden von den rothürschen so mal schauen ob wir die jetzt hier irgendwo zu gesicht bekommen ihr habt ja der rothisch kolle dabei ich habe den anderen dabei ja ich nicht ach so ein level ok ok ja lass uns mal hochgehen vielleicht finden wir hier irgendwas aber hier oben hatte ich gerade eben so ein kohl ok ok der rothisch kolle aber glaube ich habe 27 nach genau dem er fehlen noch tausend punkte aber das ist das ist ja heute noch zusammen ja ja ok roter stand 3 seine dann genau luci hat schon seinen kohle draußen und wenn deckung gehen oder wollen wir noch mal gehen ich habe ich muss auch wenn ich wenn ich ein toll kriege gehe ich immer in geduckte halten ok dann gehen wir in deckung mit schifft ein bisschen hier aber es war noch ein brunft schrei also der ist noch weit weg der ist noch ein stück weit weg ich versuche mal in das zelt rein zu gehen da können wir nicht den berg hoch noch mal gehen ja ok ich muss mal den berg hoch kommen hier ich rutsche immer wieder ab noch mal der brunft schrei das wollte ich doch noch doch da genau links habe ich jetzt ein bei mir ich gehe mal in das zelt ja dann lass uns mal in das zelt rein hier da können ja eh nur zwei mann rein ja genau verstecken hier im baum oder so und kohle die ran heute heute funktioniert das wieder hier mit den klettern gestern schade dass ihr mein korn nicht hört so steil ist doch der berg gar nicht jetzt habe ich ein call wieder ein brunft schrei so mein zelt muss ja jetzt schon sehen ja ich sehe da du bist da ok ok wird sie ist hier ich komme ich stehe kurz davor muss mal gucken ob der zu uns kommt dann noch sind ja alles brunft schreie ich glaube ich glaube auch wenn du multiplayer bei jemand anders bist dann dann geht das glaube ich nicht sonst hätte ich mir jetzt einfach in seinem gestehen ja das wäre cool wenn das geht ja wo ich mich dann drin versteckt mein kanzer kann es ganz einmal probieren aber ich glaube das geht nicht naja das auch noch mal ein call der kommt der kommt uns jetzt hinterher dann gehen wir mal das tanz hat einen kunden ich konnte nicht verstecken hier im gebüsch ich bin schon im zelt ja ich kaufe nachher noch ein zweites tanzelt dann kannst du dich ja da einsetzen können wir ein bisschen versetzt stellen ja so betreten seht ihr die richtung da hoch nee da ist genau der busch vor naja ich kann so ein bisschen links gucken also so ein bisschen bald hier aber aber sonst muss man mal probieren ob denn ich noch doch hier mit reinkommen kann man kommen herl und sie vielleicht geht's ja weil das ist halt ist ja eigentlich recht groß was muss man zu dritt rein und weil in der beschreibung stand für zwei oder noch mal gecallt ich glaube es kommt gleich die ganze herde da genau kommen wir zu uns muss von hinten rein glaube ich nach genau die oja das habe ich gute gut dass ich habe gerade rothürst duft noch mal gemacht zumal den geruchs reduziere und geht nicht mehr über der tür bei dir und hier zur tür gehst steht nur zu legen steht bei mir hier richtig an die tür an die tür ranne maximale kapazität aber wie gesagt ich stelle nachher gleich noch mal eins auf wenn wir jetzt noch ein paar tiere geschossen haben da habe ich ja wieder geld zusammen und da kannst du noch mal korn ich kann den korn gar nicht aufnehmen hier doch jetzt ihre aufspüren der ist glaube ich gar nicht mehr so weit weg ich gehe mal ein stück weiter rechts hoch und guck mal das ist das sind also für mich dann kann ich euch dann informationen geben wenn ich welche sehe nach dem alles klar ja sicher aber ich denke mal das wird nicht mehr als ich kann ja mal meinen re kids caller hier der soll ja eigentlich ab und zu vielleicht auch mal funktionieren oder der call aber man kann hier aus aus dem doch jetzt aufspüren rumpf drei genau dann sein dass er gleich mehrere kommen ja also eure kurz höre ich auch jetzt ein rekord habe ich gehört ja da wird sie schleicht sich dann auch noch mal die anderen tiere falls hier noch mal ein wildschwein ist oder wird wildschweine gibt es ja hier auch oft genug na das stimmt wildschweine gibt es ja guck mal hier haben sie noch ein bisschen runter ob wir da vielleicht auch was danach was ist da hatten wir gerade aufgeräumt so lutz ja wie sieht das aus ich sehe auch kein lässt sich noch oder wir gehen dir gehen gehen den entgegen können wir auch machen ich glaube wir sind voller aber ich weiß ja nicht ob wir die jetzt alle angekrollt kriegen normalerweise ist das ja bei so einem zelt immer ganz gut naja gehen wir mal ja wir haben wir die zelte mal gezeigt ich gehe auch mal nur sie kommen denn entdeckung gehen oder was so ein bisschen schlecht für uns so an die richtung ich habe jetzt groß reduzierer drauf ich weiß ja nicht wie lange das hält wird das irgendwo angezeigt mit dem große reduzieren noch steht da xxx ok das soll gut 300 sekunden soll er vorhalten 300 sekunden oha na gut das ist dann muss man den immer wieder neu kaufen ja ja kann sie glaube ich 10 oder 10 mal benutzt aber nach geht noch nicht mehr dann ist auch weg aus dem inventar ja warte dann dann mache ich noch einmal auf kam auch kein call jetzt meine das scheint nur einzeln zu sein glaube ich auch hörsch mal uns mal langsam ran ja erfahrungspunkt das jetzt 79.000 da ist noch mal der roh tisch 79 weit weg dann bin ich ja gar nicht mehr so weit weg von level 27 bin jetzt bei 64.800 da läuft da wo denn links ich habe gerade durch die bäume gesehen ok 22 ok ich sehe noch kein wo links zum wasser runter weiter links hier bei euch oben hoch in den bergen rein ok ok sie müsste den noch eigentlich sehen oder da dachte ich das dachte ich mir auch weil wir hatten ja von so viele fußspuren gesehen aber hier bis jetzt und kenne ich bin jetzt gleich über den hügel dann habe ich mir bessere sicht ich würde schon mal ein glas raus 1 2 3 oh lol dann komm mal hier her ja dann können wir doch schon gleich mal gucken wo sind die denn 5,6,7 da sind einige wo bist du denn links oder was heute hier guck mal hier oben bin ich ja ja du bist da links wo sind die ach die sind da oben auf dem berghang auf der lichtung da warte ahja einen sehe ich hier genau und weiter links runter sind noch mehr ah ok ok der nächsten lichtung viele bäume und hier denn auch naja hier ich habe den nächsten unten Richtung see sind ganz viele Richtung see wir könnten die schießen wenn er nachher kommt ja ich komme ich komme ich bin bei dir ja da sind oh was läuft da denn alles ach ein fuchs auch noch alles klar so dann komm mal her komm mal her Luzi lass uns mal ich brauche noch 40 mehr die sind jetzt hier gerade auf erlichtung drei stück sehe ich hier ich vier ich habe die mal markiert ja jetzt kommt noch einer jetzt sind sie ja call mal oder stehens ruhig nö du kannst ruhig callen vielleicht kommen die nochmal zurück das sind alles weibchen dann call die mal hier dann komm mal hier rüber die sind jetzt hinter den bäumen da hinten Richtung ja beim see da oben auf dem hang da callen sie wieder wo der call gerade her kommt ok genau ja aber ich glaube jetzt sehen wir die gleich nicht mehr die gehen jetzt über den hang rüber das sind sechs sieben tiere hier ja hast du gecallt ja reagieren sie darauf ja die reagieren nicht weil das zu weit ist ich habe gerade mal gemerkt wir sind über 300 meter dann lass uns hinterher oder was ja dann lieber hinterher gehen ne weil die sind die sind jetzt so weit weg die sind jetzt genau über den hang rüber hier ist noch ein fuchs aber den fuchs lassen wir jetzt mal oder wollt ihr den fuchs anmachen ne ne ist mir egal mir auch aber nicht dass wir die rohtürsche dann verschrecken ja ich würde jetzt auch sagen wir gehen mal mit den rohtürschen hinterher dass die nicht reagieren ey ja das wenn das über 300 meter ist ah ok ok ich guck mal wie weit der entfernung hat 200 meter hat er bloß reichweite ja ah ok warum haben die da auch nicht drauf reagiert ja da müssen wir hinterher aber die waren ja nicht aufgeschreckt also sollten auch nicht schnell werden können mal rumschrei da noch eine lol zwei ne das war ein männlicher jetzt da rechts leicht rechts oben ja ich guck mal ob der vielleicht auf den crawler reagiert warte da ist was da die kommen alle runter hier bleibt kommt zu mir kommt hier runter hier auf äh unten am see sind sie jetzt alle die kommen alle über den hügel vier fünf stück dann lass uns gleichzeitig schießen ich komme langsam runter die kommen jetzt alle hier den den ins tal also hier in das wasser rein da laufen sie jetzt seht ihr die ich bin noch nicht weit genug so das erste ist das erste das zweite dritte vierte fünfte da kommt das sechste da oben runter äh ja ich würde sonst von links nach rechts dann machen dass ich das erste nehme ihr dann das zweite und dritte ja jetzt ist ja erinnert der links schon ja links genau der jetzt unter der Tanne steht willst du den nimm Franky ja ich nehme den links am wasser der direkt am wasser ist hier vorne also ich nehme oben einen okay dann lasst uns runterziehen aber die nimmst du jetzt den linken oder den ich nehme den linken den ganz linken da sind mehrere links okay dann nehme ich einen hinteren davon alles klar okay dann zählen wir runter ne 3 2 1 ich weiß nicht ob meiner liegt ich guck mal was hier sonst noch rumfleucht die stehen alle noch ich weiß nicht ob ich den getroffen habe ja einer liegt da da ist noch einer da sind sogar zwei da sind richtig viele hier liegen alle auch schon teilweise ja ich jetzt gibt ein netzel jetzt hier haha da liegen liegen ganz schön welche schon ja wollen wir sonst zur Hütte zurück und die einsammeln oder ja warte doch mal lass doch mal die anderen da sind noch mehr da sind noch mehr ne ich muss mal gucken ach da steht da steht noch einer wo wo da ist noch eine wo wo ich weiß nicht ob er jetzt liegt oder ob er immer noch steht naja der liegt glaube ich jetzt ja ich sehe jetzt auch keinen mehr ich sehe keinen mehr ja ich auch nicht gehe ich mal zur Hütte und lauf dann mal hin ich sehe noch ein ok dann der macht den mal noch so hast du geschossen wer ja ich kann nicht gehört aber durch so wasser kommt man ja eh nicht da ne ich bin jetzt mal zur Hütte hier außenrum ok ok wollen wir laufen oder gehen oh 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 ne wir gehen mal lieber da ist noch ein rotisch männlich lol der ist hier direkt ich sehe den auch ja dann schließ ne mach du mach du mach du der geht von mir weg mach du ja schönes ding schönes ding ich habe gesehen wie du ihn getroffen hast schönes ding das war ein männlicher der war richtig groß ja ja da steht noch nicht schlecht nicht schlecht da haben wir auf jeden Fall gute Ausbeute hier ja Bohnendorf jetzt liegt da Bohnendorf ist wirklich schönes Jagd jagen auf Rothürsche da liegt er ich sehe ihn ja aber ich sammle jetzt mal nicht einen ne den sammelst du denn einen ja kannst du auch einsam ich guck mal ob ich hab ich jetzt hier ja ich sag mal das ist ja deine deine aus ja ich bin ich bin zur Hütte ich bin zur Hütte ja also hier liegt eine doch das ist das Männchen genau aber ich lass den mal für dich liegen ja dann lass ihn liegen dann geh ich genau dann kannst du das ich guck mal wo die anderen jetzt hier sind jetzt erstmal schauen jetzt müssen wir hier irgendwo überall Leichen liegen ja so fünf sechs sieben stück sollten auf alle Fälle da jetzt rumliegen ja da war echt noch ein Männchen da der hat das gar nicht gestört dass seine ganzen Weibchen da alle tot sind war ich glaube wir waren über 300 Weibchen eben ja dann ist das immer gut dann reagieren die nicht ja jetzt mal schauen wo jetzt hier die Leichen liegen ey ich kann von hier gucken und kann dich live oh ist eine abgesprungen bei dir Tim glaube ich oder bei mir also ich hab keinen also ich hab keinen da war grad wieder der Sound da ist wohl noch einer Luzi guck mal guck mal hier in meine Richtung ob du hier irgendwo was siehst irgendeiner ist hier gerade abgesprungen hier ist die erste Leiche irgendwas hier haben wir einen hier rechts rechts bei mir Luzi siehst du den bei mir hier boah ich seh den jetzt nicht aber jetzt rennt der weg ah hier ist so neblig hier warte er liegt er liegt er liegt ist down boah den habe ich nämlich noch gehört hier da war hier nämlich unten am am Rand des Wassers weil du hörst da mal diesen Schrei denn weißt du ja dann ist da mal einer ganz dicht so dann lass uns mal hier einsammeln die guten Jungs so der underwater frank 100 333 punkte ist der erste lungflügelschuss so jetzt haben wir hier noch mehr da bei tim liegen noch etliche ich bin jetzt geht es erstmal zum alter was hier alles liegt müssen wir mal ein screenshot machen der vater stelle mich mal ich kann mich ja selber von außen nicht fotografieren also das hat sich mal richtig gelohnt ja ich sammle mal die hier unten noch ein beiden hier das auch noch eine alter das echten gemützel so hier haben wir den noch mal den an der worte frank gerade für den du hast tödlichen dass man mal so hier haben wir nutze mal nutze mal hat geld gekriegt gucken wir hier noch mal hat ihm dann lass mal die beiden da liegen hier wo ich jetzt gerade bin dann können uns ja mal zusammenstellen und mal ein screenshot machen so hier haben wir noch einen gucken wir den erschossen hat oh hier haben alle rauf geschossen jetzt gibt es jetzt gibt es geteiltes geld ich habe 731 bekommen so als wir mal gucken oben in der berge lagen auch noch welche sind ja welche hochgelaufen so hier die beiden da können wir erstmal ein foto machen außensicht gibt es ja hier nicht das hört person dann macht jeder von jedem jetzt mal ein foto wie er hier hockt mal ich hoffe mich mal hin dann machen wir dass du die beiden tiere drauf hast mit der fotokamera das danach mache ich dann mal ein foto von euch und zwar hier hinstellen hier ist es hier sind die beiden habe ich okay warte dann mache ich jetzt ein foto von euch wo war der fotoapparat pp foto foto was sieht doch cool aus noch die waffe in die hand oder wenn gerade dabei okay immer nutze willst auch die waffe nehmen ich habe mit 238 eigentlich machen ach so ok ich mach mal ein foto sehen ich mein bogen ja noch mal den bogen raus alles klar okay dann mach ich noch mal so lustig dann kannst du ja von uns beiden noch mal machen und dann sagen wir gleich mal ein und was war was war dein männchen jetzt hat er gut score gegeben trophäenwertung ja luci hat das aber bekommen das ist keiner ja jetzt haben wir auf jeden fall gut geld zusammen wieder könnten wir noch ein tarnzelt kaufen damit luci dann auch noch ein zelt hat und wieder zu ich glaube wir waren noch mehr hier oben sind dann welche hochgelaufen also ich glaube ich glaube das waren noch nicht alle ich glaube schon hier sind auch keine spuren mehr das ist so weit oben das kärnt gewesen rotisch warnruf wenn wir eine korn also luci vielleicht ist direkt hier bei uns da ist wohl doch noch irgendwo einer gewesen der wind steht schlecht für uns ja ich mach mal ich mach mal groß spray dann gehen wir noch mal zur hütte zurück war der war hier vorne irgendwas hat hier gerade geruschelt geraschelt immer schleich mal ein bisschen schneller hier ach das ist ein eichhörnchen hier vorne was hier in dem gebüsch ist was noch mal kalt nutzen die ganze zeit und kommen da ist er so also hier wird er ist ziemlich nah dran ja immer ein bisschen langsamer jetzt müssen wir schon sehen hier hinter dem baum vielleicht ist ja das da vorne ist das ein albino oder was ne stein doch ach das ist eine leiche oder was das da liegt noch eine da liegt noch eine da liegt noch eine aber da muss ja irgendwo jetzt noch ein lebendiger sein wo bist du der liegt da auf jeden fall hier ist eine spur also ich sehe hier noch keinen ich sehe auch noch keinen und die leiche da vorne der call war doch so dicht ist ja hier unten am wasser vielleicht ja da gehe ich gerade okay okay vielleicht kann man doch schon verschreckt und er ist weggerannt ja aber das hätten wir doch nicht gehört nicht unbedingt nein dann können wir die eine leiche dann noch aufheben hier sind noch spuren aber auch nix hier hinter dem baum sind noch spuren rutsche fuß spuren aber die zeigen welche richtung zeigen die oh oh wird der sau ah ich sehe ihn mach ob der liegt liegt der liegt ja das kann ja so gewesen sein dann gehen wir wieder ja er tim sammelt sie noch auf da unten wo na am wasser war doch noch eine am wasser weiter vorne liegt noch einer richtung zelt äh wo bist du ja weiter hier runter muss man am wasser unten wo die zwei steine am wasser liegen da liegt noch einer dann gehe ich erstmal den hier oben holen ja das war auf jeden fall eine gute ausbeute hat sich gelohnt schon mal als stadt ja müssen jetzt gleich eh vorspulen bist du festgebacken irgendwie bei mir ja ähm ich würde jetzt sagen wir sammeln noch die tiere ein machen denn hier erstmal einen break äh wir sind jetzt eh schon in der zeit ja dann sammeln wir die tiere noch ein tim hast ihn gefunden ne ne ich hole ich hole ich sehe hier keinen war da von tim was heißt vorne ja warte ich komme und ich komme und ich will nicht sehen ich will okay warte mal wenn du denn da bist ach da soweit war ich gerade eben okay ich dachte ich dachte ich muss rumdrehen so dann gehen wir zum zelt war und verabschieden und sein ja ich gehe mal zum zelt steiner war das zelt leuchtet aber ne ja ja nachts nachts auf jeden fall ja ich muss gucken wie rauskommen so machen wir hier nochmal ein foto genau wenn du wenn du wenn du da bist ne geh mal geh mal zum zelt lucia mach ich von euch beiden mal ein foto warte mal was tim noch kommt oh die zwei meter lauf ich ach so da bist du ja schon da bin ich ja dann mach ich nochmal ein foto wie der da vorm zelt steht so tack willst du auch noch ein foto machen oder ja ich mach eins für euch ok ja passt ok ja ok ok warte ja dann würde ich sagen liebe zuschauer wir verabschieden uns jetzt äh von aus bohendorf von der von der schönen rothirsch jagd die wir jetzt hatten und äh ja in der nächsten folge sind wir wahrscheinlich auch nochmal hier und gucken mal ein bisschen dass wir noch ein paar andere tiere finden ja äh ja danke an tim ne ja gerne und luci kein problem danke schön und dann sehen und hören wir uns in der nächsten folge alles klar vielen dank tschüss tschüss ciao tschüss 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 Vielen Dank.